Radio Müller macht Pause, Lisa Müller zeichnet das Schweigen von Mann Thomas auf. Thomas Müller genießt die Sommerferien mit seiner Frau Lisa. Die zu unorthodoxen Methoden greift, um ihren Mann vom Reden abzuhalten. München, drei Wochen ist eine arbeitsreiche Saison in der Bundesliga vergangen und Spieler verschiedener Vereine gönnen sich eine wohlverdiente Pause. Am Ende einer enttäuschenden Saisons gewandt der FC Bayern München immerhin die deutsche Meisterschaft, ohne die die Bayern-Stars wohl nicht in bester Feiertagsstimmung wären. FC Bayern, Müllers entspannt in der Sonne so können Manuel Neuer, Leon Goretzka und ihre Teamkollegen die Feiertage mit frischem Geist genießen und versuchen, sich bestmöglich zu erholen und neue Energie zu tanken, bevor sie mit der Vorbereitung auf die kommende Saison beginnen. Seine Freizeit genießt Thomas Müller mit seiner Frau Lisa, die aufgrund der vielen Spiele des FC Bayern während der Saisons oft ohne ihren Mann arbeiten muss. Anscheinend musste Thomas dringend mit seiner Lisa reden, die es genoss, die Ruhe und Stille in der Sonne zu genießen. Ohne weiteres Zögern nahm sie die Augenklappe und klebte sie ihrem Mann auf den Mund. Lisa sah erfreut aus und zeigte lächelnd in die Kamera. Thomas weitete seine Augen, als ihr geknebelt wurde. Liebe Luise, vielen Dank für die Bereitstellung der Augenpads, Sie sind nicht nur super entspannend für meine Augen, sondern auch für meine Ohren, das stimmt, sagte Lisa Müller unter dem Foto, das sie auf Instagram gepostet hatte. Außerdem fügte sie den Hashtag RadioMüller hinzu. FC Bayern, Lisa verbietet Thomas das Schweigen. Radio Müller ist seit langem der Spitzname von Thomas Müller beim FC Bayern München. Der Grund dafür ist, dass der Angreifer ständig redet, auf und neben dem Platz. Den legendären Spitznamen erhielt er von Co-Trainer Hermann Gerland während seiner Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister. Radio Müller macht Pause. Müller-Fans finden Lisas Idee sehr interessant. Kollegen bestellen wie verrückt, schrieb ein User unter den Beitrag. Ein anderer wunderte sich, als Thomas schwieg, Thomas halt die Klappe, das ist eine ganz neue Sache. Bayerns und Lisas Ohren lassen sich abstellen.